ich fand er war der wert zu weit gewesen aber zu hoch und so weit genau das bestürzt sich doch gar nicht hat er auch selbst eingesehen so jetzt haben wir wieder jetzt haben wir die max protection sieben blocker auf dem feld 3 receiver und incomplete das war wieder sehr gut verteidigung wir schauen wir schauen mal jetzt in der zeitlupe drauf wie wie früh der kontakt da war es war auf jeden fall kontakt da die frage ist kommt er wenn der ball kommt oder was ein bisschen früher von rechts ins bild da also wenn du wenn man jetzt ganz streng auslegt war der rechte arm um den alter mit denen der kommens offens ein fehlstart kein offside tiefer pass in die hände in richtung lande web unvollständig nie wieder einer besseren position und dieser ball hing gewaltig in der luft da war vielleicht sogar eine ganz ganz gute chance da die interception zu machen für mich gab es bei den zucken vorm snap aber egal wir sehen das jetzt noch mal tausend wieder ein bisschen in rücklage und die marburger spieler näher am ball als der